Hier also die Besprechung zum Wiespuck, der wichtigste Konjunkturbericht aus den USA. Die Highlights hier mal vorgebracht. Wir haben weiter Wachstum, es gibt weiter Optimismus und wir haben Lohnzuwechsel. Das mal die Highlights in die Details. Schauen wir natürlich jetzt auch mal direkt rein. An dieser Stelle wieder wichtig, der Risikohinweis, den bitte ich hier für alle auch zur Kenntnis zu nehmen, sich das Ganze durchzulesen. Der Handel mit Devisen und CFDs aufmarschen, der kann zu Verlusten führen. Die Dinge, die wir hier sagen, stehen hier unter der Veranschaulichung. Das heißt, das Ganze hier bitte auch unter diesem Faktum mitzusehen. Thema Biespuck für all diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht ganz so intensiv beschäftigt haben. Kurz ein paar Worte dazu, was das Biespuck ist, wofür es da ist. Das ist der Konjunkturbericht der USA. Das hatte ich ja schon avisiert. Er wurde in den 70er Jahren, also 1970, ins Leben gerufen. Und er zeigt uns die wirtschaftliche Lage aus den zwölf oder aus zwölf Verwaltungsbezirken in den USA. Und befragt werden in diesem Bericht Banken und Branchenexperten, Unternehmenslenker sowie auch Ökonomen. Und das Ganze gibt dann der FED die Möglichkeit, Aussagen über ökonomische Trends zu treffen und mögliche Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Das heißt, dass die FED hier auch auf gewisse Dinge reagieren kann, indem sie den Markt beeinflussen kann durch die Arbeit mit den Zinsen. Sehr, sehr positive Ergebnisse untermauern hier das Wirtschaftswachstum. Das heißt, das kann dann beispielsweise die US-Wirtschaft oder auch den US-Dollar stützen. Wenn das Ganze eher ins Negative tendiert, dann ist das ein Zeichen, dass die Wirtschaft eindämmt. Das Ganze kann dann die US-Wirtschaft wie auch den US-Dollar schwächen. Und wie schon gesagt, der FOMC, der Offenmarktausschuss der USA, nutzt diese Ergebnisse dann für den Entscheid bei den kurzfristigen Zinsen. Und da sehen wir ja auch immer wieder sehr schön, wie die FED hier anhand der Aussagen, die wir hier in Biesburg auch sehen, mit den Zinsen arbeitet. Und diese Dinge auch in die regelmäßigen Pressekonferenzen einen Einfluss finden. Veröffentlicht wird das Ganze für diejenigen, die sich das auch selbst anschauen wollen, im Board of Governors of the Federal Reserve System. Hier mal der Link auch zu sehen, wer das schauen will. Also wir können Sie hier einfach googeln, auch auf der Federal Reserve.cov-Seite. Da sehen wir das jederzeit. Und das Ganze wird achtmal im Jahr veröffentlicht. Und wir sprechen dann hier immer von der Planung her immer zwei Wochen vor dem nächsten FOMC-Meeting. Nun schauen wir mal rein, was wir hier im aktuellen Biesburg hier auch sehen. Wir fangen wieder an mit den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Was haben wir hier aus diesen Distrikten, also aus den Verwaltungsbezirken benannt bekommen? Wir sehen hier wieder eine wachsende Wirtschaft in acht von zwölf Bezirken. Allerdings hier mit dem Ausbruch, die Wirtschaft ist gemäßigt gewachsen. Die Einzelhandelsumsätze, Autos ausgeklammert, die sind aufgrund höherer Reiseaktivitäten im Vergleich zum vorher nur leicht gestiegen. Es gab hier mehrheitlich Produktionsausweitung, allerdings bei verlangsamten Wachstum. Also wir sehen, das Wachstum geht hier in der Regel auch weiter, aber deutlich langsamer als das in der vorherigen Zeit auch mit gewesen sind. Es ist weiter Wachstum. Das ist auch ganz normal, dass wir in Konjunktur aufschwingen, immer mal wieder Phasen erleben, wo das Ganze langsamer wächst. Das ist nicht gleich der Anfang von einer Rezession oder muss nicht gleich der Anfang einer Rezession sein. Das ist normal. Es ist halt hier wichtig an dieser Stelle dann zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze denn in Zukunft weiter, weil so eine Wirtschaft entwickelt sich ja, ja sag ich mal, in der Regel nicht ruckartig, sondern das baut ja Stück für Stück auch alles aufeinander auf. Und deswegen schauen wir hier auch regelmäßig rein, blinken das so ein bisschen mit den Indizes auch gegen, was wir da sehen. Das heißt, hier schauen wir einfach, was macht die fundamentale Seite, was macht die Technik, was macht der Markt raus, das Ganze hier auch immer so ein bisschen mit in Einklang auch zubringen. Die Verlangsamung ist ja speziell im Auto- und Energiesektor zu sehen. Weiterhin haben wir hier im Bereich Bau und Verkauf von Wohnhäusern die Information bekommen, dass das Ganze kaum verändert ist, aber wir haben mittlerweile hier die Situation, dass wir in gewissen Bereichen Preisanstiege haben, die die Verkäufe der Häuser etwas limitieren. Das heißt, wir kommen hier so in Grenzbereiche ran, wo anscheinend die Käufe der Häuser nicht mehr bereit sind, die aktuellen Preise zu zahlen, was das Ganze hier dann etwas zurückgenommen hat. Im Dienstleistungssektor außerhalb der Finanzen haben wir auch gemeldet bekommen, dass dieser moderat weiter gewachsen ist und wir hatten es hier oben schon bei dem Thema Energiesektor. Das heißt, hier die Ausweitung bei verlangsamten Tempungen im Wachstum haben wir gesehen und vom Energiesektor haben wir hier die Information auch bekommen, dass der langsamer wuchs und das hat dann wiederum Auswirkungen auf das Thema Infrastrukturausbau. Das heißt, der Energiesektor wächst langsamer und das führt hier für diese Branche zu einem Rückgang der Investitionserwartungen. Das sind alles logische Folgen und da sieht man mal, wie so eine Sache auf die andere mit aufbauen kann. So, danach nochmal zu den Wachstumsaktivitäten der Gesamtwirtschaft. Hier haben wir dann noch den Agrarsektor offen. Der Agrarsektor, der kämpft momentan mit niedrigen Preisen. Dann im Bereich der Kredite ist es so, in den USA wird ja auch sehr, sehr viel mit Krediten gearbeitet. Das Volumen der ausgegebenen Kredite, das wuchs leicht. In einigen Bezirken hatten wir hier ein verlangsamtes Wachstum. Der allgemeine Ausblick aus der Wirtschaft ist weiterhin positiv. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen das Thema Aber, der Optimismus wird in Teilen etwas weniger. Und da gibt es auch Begründungen dafür, weshalb dieser Optimismus etwas abgenommen hat. Und zwar haben wir hier zum einen das Thema der gesteigerten Finanzmarktschwankungen. Und Finanzmarktschwankungen, das bringt immer so ein bisschen Unsicherheit. Und Unsicherheit ist häufig schlecht für den Optimismus. Das ist also ein Punkt hier. Danach haben wir das Thema steigende Zinsen im kurzfristigen Bereich. Das hatten wir auch in den vorherigen Besprechungen schon immer mal wieder gesehen, dass der Markt so sieht, es ist problematisch, wenn die Zinsen im kurzfristigen Bereich zu stark sind. Und das ist halt etwas, wenn die FED sowas liest, der FOMC, der Offenmarktausschuss, er kann darauf sozusagen auch korrektiv eingreifen. Was er auch gemacht hat. Wir haben ja die Planung für das laufende Jahr für 2019 deutlich zurückgenommen bekommen. Das heißt, was die Zinsschraube angeht, da hat die FED auch signalisiert, wir bleiben hier am Markt und wir reagieren auf das, was der Markt uns macht und gehen nicht stur die Zinstreppe weiter auch nach oben. Was ist auch hier ein Punkt, der den Optimismus etwas geringer ausfallen lässt? Das sind die fallenden Energiepreise und die gesteigerte Unsicherheit in der Politik und im Handel. Hier auch ein bisschen so das Thema der Handelszölle. Aber hier haben auch andere Fraktionen die Chance, das Ganze mit einzudämmen, das Ganze positiv zu beleuchten. Und wenn wir hier das auch einmal sehen, das sind jetzt die Dinge, die den Optimismus etwas weniger werden lassen. Das sind Dinge, die haben äußere Faktoren auch in der Hand, das zu verändern. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass der Optimismus schlechter wird, weil das Bruttoinlandsprodukt plötzlich sinkt, sondern hier haben wir ganz klar das Thema, wenn die Zinsen wieder niedrig bleiben, dann könnte dieses Sorgenthema der steigenden Zinsen weg sein. Wenn die Wirtschaft sich dann wieder positiv entwickelt, hat das wieder Auswirkungen auf die Energiepreise, die dann nicht mehr fallen. Das ist ja auch ein Zeichen der Wirtschaft und die Unsicherheit, wenn das Thema Handelsstreit mit China beispielsweise weg sein sollte, dann hat man diese Unsicherheit auch wieder weg. Und das sind halt Auswirkungen, die können auch noch geregelt werden. Das muss man auch weiter beobachten, dass hier die Informationen von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage aus den USA. Blicken wir als nächstes Mal in den sehr, sehr wichtigen Arbeitsmarkt und das Thema der Löhne. Was haben wir hier? Wir haben im Bereich vom Arbeitsmarkt ein weiterhin gemäßigtes Anstellungswachstum in den meisten Bezirken. Die Lage am Arbeitsmarkt ist weiterhin angespannt, aber nicht aus schlechter Sicht, sondern einfach aus der Sicht, weil man kaum qualifizierte Arbeiter findet. Also das Problem der Wirtschaft ist momentan durch die hohe Beschäftigungsrate, dass man wirklich kaum qualifizierte Arbeiter findet. Wir bekommen hier noch weitere Informationen. In Minneapolis hat man aktuell die Lage, dass Baufirmen teilweise Aufträge ablehnen, weil fehlende Arbeiter da sind. Also man hat so viele Aufträge, dass man die gar nicht abarbeiten kann. Also das kann auch ein Problem in der Wirtschaft sein. In Atlanta gibt es einige Unternehmen, die in Erwartung auf das zukünftige Wachstum überbesetzt sind, beziehungsweise versuchen, Angestellte auch zu halten. Also auch da sieht man, das ist für die Wirtschaft deutlich positive Zeichen. Wir haben eine sehr, sehr starke, hohe Auftragslage und das ist das, was die Firmen momentan auch sehen. Das kann sich irgendwann auch umkehren, wenn die Auftragslage sinkt, weil man einfach nichts bedienen kann. Aber das ist das, was man Stück für Stück bearbeiten muss. Aktuell ist das halt etwas, was wir hier entsprechend auch gemeldet bekommen. Was wir vom Lohnsektor bekommen, ist, dass wir hier die Löhne über alle Bereiche hinweg am Steigen haben. Das liegt zum einen natürlich an dem Mindestlohngesetz, was jetzt sozusagen erweitert wurde und auch an der Tatsache, dass die Unternehmen die Einstiegsgehälter erhöhen, um attraktiver zu werden für Menschen, die auch Arbeit suchen. Und sie sagen, nö, ich will da nicht arbeiten, weil das Geld, was ich monatlich bekomme, zu niedrig ist und wenn das Ganze dann als Arbeitgeber attraktiver gestaltet wird, dann ist das an der Stelle ja ein positives Zeichen, was der Markt uns hier gibt und das ist vom Arbeitsmarkt halt auch gut. Und wenn dann mehr Geld in der Tasche der Bürger, der US-Bürger ist, dann können die auch mehr Geld ausgeben, was dann im Nachhinein entsprechend die Wirtschaft auch wieder stützen kann und was dann auch im Bereich der Indizes und der Währung für die positiven Signale, für die positive Stimmung auch sorgen kann. Und wenn wir das hier an der Stelle mal auch sehen, dann sehen wir hier, wir machen gleich auch mit dem letzten Fakt noch weiter, aber dann sehen wir an dieser Stelle auch, warum wir hier in den Indizes im Vergleich zur Wirtschaft eigentlich nicht so einen Crashmarkt haben, wie wir das im letzten Bärenmarkt gehabt haben. Also von der Seite her, wenn wir wirklich einen Bärenmarkt haben, dann sehen wir das in den Indizes, dann sehen wir das auch in den Währungen, die schwächeln und dann sehen wir das auch an den Wirtschaftsdaten. Und was wir momentan einfach hatten in den letzten, in den letzten, sag ich mal, Stücken vom Jahr, beziehungsweise in den USA, wo der große Rutsch da nach unten gekommen ist, da hatten wir die Situation, dass die Korrektur, die korrektive Phase technisch dort passiert ist. Wirtschaftlich hat das Bild aber nicht zusammengepasst. Das heißt, der Wirtschaft geht es, wir sehen es ja hier relativ gut und von wirtschaftlicher Seite her gibt es da keinen Grund, das Ganze weiter nach unten voranzutreiben. Und das könnte wirklich dazu führen, dass wir hier mittelfristig wieder neue Aufwärtstrends in den Märkten sehen, die uns weiterhin in der aktuellen guten Wirtschaftsphase ein Stück weit nach oben hin begleiten können. Das hier vom Arbeitsmarkt. Und dann schauen wir mal noch auf das Thema der Preise. Inflation ist ja auch immer ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben hier eine aktuelle, mehrheitlich gemeldete, moderate Preisanstiegsseite. Das macht sich auf die Endpreise teilweise bemerkbar, dass die mit steigen. Aber solange wie die Bürger das Geld auch haben, diese weiteren Preise, diese Preissteigerungen auch mitzugehen, ist da auch von der Seite her häufig alles in Ordnung. Steigende Preise haben hier dafür gesorgt, dass die Betriebskosten der Unternehmen gestiegen sind. Wie das Ganze weitergegeben wird an die Kunden, da gibt es uneinheitliche Meldungen. Wir haben Meldungen darüber, dass diese allerdings auch an die Kunden auch weitergegeben werden können. Und das ist dann halt der Punkt, dass man Preissteigerungen durch die inflationäre Entwicklung auch hat. Und wenn die Kunden das Ganze dann auch bezahlen können, weil sie mehr Geld verdienen, ist von der Seite her auch alles in Ordnung. Die Unternehmen können Geld verdienen. Die Kunden können sich das Ganze leisten. Das ist ja das Wichtige. Was haben wir noch? Wir haben einige Berichte, die in der Zitierung aufgestiegene Rohstoff- und Transportpreise als Quelle für die Preissteigerungen hinweisen. Und eine Reihe von Bezirken nennt, und das haben wir schon in den letzten Fallen auch immer wieder gehört, nennt höhere Zölle als Faktor für die Preisanstiege. Und da sehen wir auch wieder, welche Stellrädchen hier auch da sind, was gemacht werden kann. Und das Thema Zölle kann mittelfristig zu einem starken Belastungsfaktor werden. Wenn dieses Thema irgendwann mal wieder weg ist, ist dieser Faktor auch weg. Und dann werden wir hier ganz andere Entwicklung sehen können. Und im Preis der Agrarrohstoffe, das hatten wir ja im Vorfeld auch gesehen, dass der Agrarsektor hier leicht oder beziehungsweise zu kämpfen hat mit den niedrigen Kosten. Die Preise für die Agrarrohstoffe sind etwas angezogen. Das sollte sich möglicherweise positiv auf den Agrarsektor auch auswirken können. Also das, was wir hier in den Biesburg gesehen haben, zeigt uns, wir haben hier weiterhin eine sehr stabile US-Wirtschaft, auch wenn es da immer mal ein paar Kratzer gibt auf der Oberfläche, das ist normal in der Entwicklung und das ist das, was wir hier momentan sehen. Die Wirtschaft, da geht es recht ordentlich. Nächste Woche bekommen wir solche Nachrichten ja auch aus Deutschland, dass wir sehen können, wie geht es denn der deutschen Wirtschaft. Das also zum aktuellen Biesburg. Hier die Informationen sozusagen, die fundamentale Seite zu der technischen Seite in den Charts. Da danke ich auch allen, die jetzt hier zugeschaut haben und sage hier zum Thema Biesburg bis zum nächsten Mal allen an dieser Stelle ein schönes Wochenende.